Der Sanddorffsaft Da nimmt man ca. 25 ml Ich nehme Apfelsaft, einen süßen Apfelsaft Und normales Wasser So trinkt man den Apfelsaft, äh, den Sanddorffsaft Damit der auch schmeckt, weil Sanddorffsaft ziemlich sauer ist Ein Mittel gegen Corona, der Sanddorffsaft Der Sanddorffsaft ist in vielen Geschäften erhältlich Und gehört in jeder Hausapotheke Er enthält Stoffe für das Immunsystem Diese Stoffe sind notwendig, damit das Immunsystem richtig arbeiten kann Gut versorgt kann das Immunsystem sich gegen Viren und Bakterien behaupten Probiert es aus Seit Jahren bin ich durch jede Grippezeit gekommen Ohne Fieber und tiefsitzenden Husten 25 ml in ein Glas und mit Wasser und weiteren süßen Säften auffüllen Vorbeugend einmal täglich und bei Fieber, Mattheit zweimal täglich Nur wer es ausprobiert, kann sich ein Urteil bilden Ein Fruchtsaft mit großer Wirkung für das Immunsystem Schaut auch, schaut und lest auch die Filme Schützt euer Immunsystem Weitere Sanddornprodukte Hausmittel Nummer 1 bei Erkältung Alles Gute Euch allen Alles Gute Alles Gute Alles Gute